Wahrscheinlich wieder irgendwelche Schlitz-Maps. Oh! 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 Nee, mein Auto ist schon verkehrt rum. Ich bin Full-Speed drauf. Oh mein Gott, ich bin drauf! Das geht, oder? Let's go! Ich bin so ein fetter, fetter Wichser! Warum fährst du denn? Ich wollte auf ne dicke Zeit gehen. Ich wollte fürs Movie gehen. Ich wollte 20er fahren. Oh mein Gott, noch mal gegen? Nee.